Ein aktuelles Auto, und zwar einen Porsche 936. 936 geht es nicht mehr. So, Achtung aufgebaut, Hörerle, Bulten-Karlhein-Schoppel ist unterwegs. Hier, wo das Heck ausgebrochen ist, hat es schon einige Zentel gekostet. Juchim Eimel jetzt, der unterwegs, der verteidigt einen ausgezeichneten 5. Rang aus dem 1. Rennlauf. Der Mann aus Keimdach bei Graz im Fiat Kupi. Hier haben wir sicherlich die Rennserie weit aufgewertet. So, der Armin Gartner jetzt mittlerweile auf... So, der Armin Gartner ist... 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017